Möchtest du dabei sein bei der großartigen Energieübertragung der höchsten Schwingung der Liebe? Wir haben eine Liebeswelle vom 3.6. bis 7.6. Und so wie ich immer sage, wir haben dafür etwas zu tun. Und zwar, dass wir auch bereit sind und ja sagen, diese Energie zu empfangen. Noch dazu haben wir morgen Montag den 6. das 666-Portal. Mehrere Zahlen hintereinander haben auch eine hohe Schwingung. Also ein großartiger Tag, dass wir uns in meiner Facebook-Gruppe Magisch Mächtig Mutig der Weg zu dir selbst treffen. Ich gehe live um 9 Uhr, circa 15 Minuten und da wirst du mit mir eine meditative Reise machen und diese Energie empfangen in dein gesamtes Energiefeld. Es ist so wichtig, dass du deine Schwingung erhöhst und dazu unterstütze ich dich gerne. Also komm in meine Facebook-Gruppe, sei dabei und gönne dir etwas für dich. Ich nehme bei jeder Energieübertragung auch alle deine Liebsten mit hinein. Menschen oder Tiere, ganz egal, alles hat deine Seele nur ein anderes Körperkleid, sage ich immer. Wenn du das möchtest, dass ich jemanden mit hineinnehme, schreibe die Namen unten in den Kommentar hinein. Ich freue mich auf dich morgen 9 Uhr in der Facebook-Gruppe live zur wunderbaren Energieübertragung der Liebeswelle und der 666-Portal dieser hoch schwingenden Energie. Ein schönes Pfingstwochenende. Ich freue mich auf dich, deine Sissi Göttling. Ich freue mich auf dich, deine Sissi Göttling.